Ein Blick in Google erleichtert dann schon mal die Findung, dass wir vor 150 Jahren mehr Wiederkäu auf dem Planeten hatten als heute. Wir reden hier von einem biogenen Kreislauf, der schon immer da ist. Wenn Sie dann in einem Eckart von Hirschhausen, in Wissen vor Acht haben, der erzählt, dass unsere Kühe abgeschafft werden müssen, Irland auf die Idee kommt, 200.000 Kühe zu keulen, um das Klima zu retten. Ganz ehrlich, Freunde, jeder, den ich heute in der Grundschule frage, findest du das richtig? Der würde verstehen, das kann nicht euer Ernst sein.